Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Heute wird es erst noch mal winterlich, bevor es mit den anderen Folgen weitergeht. Ja und Schneeflöckchen und ich, wir gucken jetzt mal, was heute Neues reingekommen ist. Es sind auch weniger winterliche Dinge reingekommen. Denn es gibt hier das Pferde von Jorvikren beim Silverglade Reitsportcenter, da unten auf der Koppel. Wo es ansonsten das Rennen gibt in der Arbeitsreitweise. Das gilt diesmal für die Mavaris, die Achal Tekina und die englischen Vollblüter. Das könnt ihr jetzt speziell mit diesen drei Rassen noch machen. Und die Achal Tekina und die Mavaris sind auch momentan ein bisschen reduziert. Das heißt, wenn ihr da noch eins von haben möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also, so viel dazu. Das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben nämlich scheinbar mehrere Rennen drin oder mehrere Rennen reinbekommen. Alte, die wir schon kennen und auch neue. Das hier ist ein Rennen, das kennen wir schon. Ich mache es jetzt trotzdem als erstes. Denn, ähm, das ist ein Rennen außerhalb des Winterdorfes. Alles andere ist im Winterdorf dazugekommen. So. Flipper. Flipper habe ich ein bisschen anders im Kopf. Ich dachte immer, das wäre ein Delfin. Naja, gut. Flipper quäkt und schnarrt aufgeregt, während er verzweifelt versucht, dir mit seinen Flossen vorzumachen, dass du auf dem Eis rutschen sollst. Es wirkt, als sollst du den gefrorenen Fluss hinunterrasen. 700 Erfahrungspunkte gibt das. So, ich muss mal ganz kurz das Mikro ein bisschen nach vorne rücken. Oh Gott, Entschuldigung, ich glaube, das war jetzt laut. 700 Erfahrungspunkte gibt das 105 Schillinge und drei Winterwünsche. Die Schillinge kommen mir gelegen. Ich bin nämlich fast auch am, äh, am Schilling-Cap. Und möchte mir dann das erste, äh, Weihnachts-Item mal noch aus dem Shop kaufen. Hat das gezählt? Ja, es hat gezählt. Gut. Das Rennen fand ich letztes Jahr schon sehr, sehr cool. Es ist ein sehr langes Rennen. Das geht nämlich wirklich den kompletten Silversong-Fluss runter. Und es ist auch gar nicht so leicht. Oh, guck mal, da ist eine Erinnerung. Ach. Es ist auch gar nicht so leicht, weil man hier tatsächlich schon ziemlich stark rumrutscht und teilweise noch, ähm, ja, so ein paar extra, äh, Hindernisse auftauchen. Tut mir leid, wenn ich mich so ein bisschen kratzig anhöre. Äh, äh, ich bin irgendwie erkältet. Ich hab mich jetzt mittlerweile schon zweimal auf der Arbeit, ähm, auf Corona testen lassen. Weil wenn man schon mal an der Quelle sitzt, dann kann man auch mal eben einen Test machen. Ich bin zwar auch dreifach geimpft mittlerweile, aber ich hab trotzdem das mal, äh, testen wollen. Um sonst auch keine in Gefahr zu bringen, dass ich dann womöglich mit Corona rumrenne. Aber tatsächlich hab ich Glück gehabt. Es gibt hier auch noch, auch wenn man das manchmal gar nicht mehr für möglich halten möchte, einfache, äh, Erkältungen, grippale Infekte und so weiter und so fort. Aber man will ja erstmal immer das, das Unangenehmste ausschließen. So, hier kommen wir jetzt ganz schön in den Schlittern. Aber das läuft ganz gut. So, jetzt müssen wir hier so ein bisschen, äh, vor den, also müssen wir so ein bisschen den Pinguinen ausweichen, die hier rumschlittern. Die sind schon süß, oder? So, hier müssen wir jetzt auch noch mal so ein bisschen gucken. Wow. Ich will keinen Pinguin über den Haufen reiten. Das ist nicht, nicht mein Ziel. So, jetzt müssen wir da hinten einmal rum. Daran erinnere ich mich noch, da steht der Weihnachtsbaum. Oder ist ein Stern? Es gibt durchaus Sterne, wo wir jetzt, ähm, deutlich leichter dran kommen, weil die Flüsse zugefroren sind. Eigentlich müsste ich jetzt mal so eine Eis-, so eine Fluss-Eistour machen oder sowas. Nein, ich stecke im Hindernis. Na toll. Das muss man auch erstmal schaffen. Der Isländer ist zu klein. Ah, nein. Ei, ei, ei. Oje, Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen. Och, ich habe mir eben noch eine Voice angehört am PC und jetzt habe ich schon wieder vergessen, ähm, WhatsApp auszustellen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß, dass jetzt auch wieder einer gedenken werden. Ich habe auch letztens schon mal einen Kommentar bekommen, dass das total unhöflich und unprofessionell ist. Ja, es tut mir leid. Die schöne Pinguin-Melodie. Und hier steht Flapper. Flapper ist froh, dich zu sehen. Er steigt vor Entzücken die Flossen zusammen. Sie will dir offensichtlich sagen, dass du dich auf dem Eis so elegant bewegst wie ein Pinguin. Ja, vielleicht nicht ganz so elegant, aber vielen lieben Dank. So, das Rennen könnten wir jetzt theoretisch natürlich auch nochmal machen. Denn, ähm, das war jetzt erstmal das Freischalten des Rennens. Aber jetzt geht es erstmal ins Winterdorf. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute auch noch alles packen. Ich glaube, vielleicht sogar eher nicht. Aber das macht ja nichts. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Inhalt. Und dann gucken wir mal. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das nicht hinhauen wird. Weil hier gibt es nämlich wohl auch nochmal mehrere neue Rennen. Springparcours und auch nochmal ein Pinguin-Rennen. Und wohl noch so eine Art Polarwolf-Rettung. Ich bin sehr gespannt. Ähm, gucken wir uns auf jeden Fall an. So. Gut, dann wollen wir nochmal schauen. Also, erstmal hier runter. Ich glaube, die Rettung ist hier hinten. Und, oh, ah. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch hier. Ne, guck mal. Anführerin. Ja, gut. Ne, dann machen wir heute erstmal winterliche Rennen, würde ich sagen. Dann gucken wir erstmal da hinten. Ähm, ich weiß aber nicht. Das eine, das las ich so, als ob es drei unterschiedliche Springparcours werden. Das kann aber auch sein, dass das vielleicht nur so, ähm, Parcours sind. Ich glaube, das ist auf der Koppel einfach nur. Ich glaube, das sind keine Quests. Hallöchen, in diesem Winter veranstalten wir ein ganz besonderes Rennen. Es führt dich auf eine wundervolle Reise durch den Wald und über den gefrorenen See. Aber pass auf die Pinguine auf. Sie leben nahe der Strecke und könnten deinen Weg jederzeit kreuzen. So, guck mal. Es gibt auch nochmal 400 Erfahrungspunkte, 150 Erfahrungspunkte für uns, 30 Schillinge und drei Winterwünsche. Dann wollen wir nochmal loslegen. Guck mal. 900, äh, 9813. Ach, da ging es schon weiter. Ne, das will ich nochmal machen. 9813 Schillinge habe ich jetzt gerade. Dann werden wir, wie gesagt, auch gleich mal noch kurz, äh, kurz was shoppen gehen. Ich glaube, da könnte ich sogar auch schon vorne rumreiten und dem Hindernis aus dem Weg gehen. Aber bei den Rennen ist es mir eigentlich tatsächlich ziemlich egal, ob ich jetzt einen neuen Highscore aufstelle oder nicht. So. Ähm. Hoppala. Ja, der hat mich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hier. Daher habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich war so von den Eiskristallen hier, ähm, fasziniert. Das Rennen, das haben wir auch noch nicht gehabt bislang. Oh, ja. Jetzt ist das gleiche passiert wie der Skylar. So, hier könnte man theoretisch auch überall außenrum reiten. So, jetzt geht es hier rauf. Also das finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein brandneues Rennen. Das haben wir so noch nicht gehabt. Was wir hier letztes Jahr gehabt haben oder die letzten Jahre. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es letztes Jahr auch noch da gewesen ist. Das war dieses super nervige Juhlbock-Einfangen auf dem gefrorenen See, was ich einfach schrecklich fand. Nein. Scheißendreck. Nee, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Oh, verflixt. Macht nicht den Fehler, da rechts rum zu reiten. Ja, genau. Guck mal, das meinte ich. Hier kann man schon rum reiten. Also da solltet ihr nicht rechts reiten. Ansonsten ist das Rennen gelaufen. Da kommt ihr nämlich einfach schlichtweg nicht mehr hoch so schnell. Bis der Timer da abgelaufen ist. So, da wuselt wieder einer rum. Diesmal haben wir einen anderen mitgenommen. Okay, das ist echt, das ist echt mies. Also wie man das so, wie man das hinkriegt, weiß ich auch noch nicht. Hier hinter mir hat's geschafft. Ach, verflixt. Jetzt bin ich vor lauter Gucken hier dran vorbeigeslidet. Okay. Besser nochmal anfangen. Ärgerlich, dass ich das beim ersten Mal, ähm, dass ich das beim ersten Mal verbockt hab hier. Ne gut, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich werd's jetzt gleich mal ausprobieren, an der einen Stelle ein bisschen früher abzuspringen. Und dann gucken wir mal. Ach, verflixt. Ich hatte gedacht, der slidet nach hinten weiter. Und dann gucken wir mal, ob's dann klappt. So. Ne. Also ich weiß es nicht, ob das wirklich so von Star Stable gewollt ist. Das ist ja echt blöd zu reiten. Ich meine, es gibt ja scheinbar einen Weg, das zu schaffen. Aber das ist ja nochmal eine Nummer härter als der Steilsprung hinter dem Wall beim Hamburger Derby. Also das ist ja heftig, die Stelle hier. Okay. Aber jetzt geht's ja erstmal wieder hier rauf. Keine Pinguine bei einem Haufen reiten. Es gibt schlechtes Karma beim Weihnachtsmann. So. Und jetzt gleich links weiter. Hier. Oh. Können wir das Ganze vielleicht sogar ein bisschen beschleunigen, indem wir ab und an mal ein bisschen hochspringen. Pikachu. Ja, und ich hab WhatsApp immer noch im Hintergrund natürlich. Oh, ich bin da durch den Hörgut. Sagen's läufig, weil ich ja nicht aus dem Spiel gegangen bin seitdem. So. Wie lief es? Ich hab eine gute Nachricht. Du kannst das Rennen jeden Tag wiederholen. Ist das nicht toll? Auf jeden Fall ist das toll. Also ich mag das Rennen. Ich find das schön, ähm, aufgebaut. Gut. Gefällt mir gut. 39 Winterwünsche hab ich jetzt. Ich hab's bislang immer noch nicht wirklich darauf angelegt, viele zu sammeln. Ähm, weil mir einfach die Zeit dazu nicht reicht. Ähm, ne. Auf die andere Seite müssen wir. Denn ich wollte mir jetzt hier noch ein Zaumzeug kaufen. War das hier? Nein, hier war es nicht. Hier gab's die Wintersachen, genau. Wollt ihr auch gerne hier von den Einhornzaumzeugen, wollte ich gerne ein oder zwei haben. Die sind natürlich schweineteuer, deswegen hab ich auch ein bisschen gespart. Hm, ich guck mal, was es sonst noch gibt, was ich gerne hätte. Erstmal nichts weiter. Also würde ich jetzt, ähm, erstmal das Zaumzeug mir kaufen von Schilling und dann bin ich sowieso wieder blank. Okay, Leute, das passt jetzt hier zu dem Outfit nicht. Ich hab jetzt grad keinen schwarzen Sattel dabei, dass hier das Einhornzaumzeug auch zu Schneeflöckchen passen würde. Ich find das auch, glaub ich, ich weiß es nicht, ich find die Isländer, glaub ich, mit den normalen Zaumzeugen knuffiger. Aber können wir ja mal schauen. Und beim nächsten Mal geht es dann, ja, ich glaub beim nächsten Mal kommt dann erstmal der Stahlgeflüster, genau. Der Stahlgeflüster diesmal zu einem lang gewünschten Thema, nämlich zum Thema Hobbyhorsing. Und nächste Woche geht es dann am Montag direkt weiter. Hier am Montag oder am Dienstag? Oh Gott, ich weiß es grad gar nicht. Auf jeden Fall geht's nächste Woche dann hier im Winterdorf weiter. Ich hab zwar auch schon andere Folgen aufgenommen, aber die schieb ich erstmal noch ein bisschen hinten an, weil ich denke, jetzt ist es erstmal interessanter, was im Winterdorf so los ist. Und genau, wenn wir im Winterdorf dann wieder alles erkundet haben bis zum nächsten Update, beziehungsweise wenn im nächsten Update gar nichts super spannend ist, was mir im Winterdorf passiert, dann geht's weiter mit Katherines Erinnerungen in Moorland. Also dann, ihr Lieben, Sonntag, wie gesagt, der Stahlgeflüster. Und beim nächsten Mal sehen wir uns nochmal hier im Winterdorf. Dann geht's zur Polarfuchsrettung. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Also macht's gut und bis dahin. Tschüss! Ich bin sehr gespannt, ob ich nicht zuend. Ich bin sehr gespannt, wie développementst du so auf jeden Fall. Cop Enjoy! Untertitelung des ZDF für funk, 2017